So, dann laufen wir Ruvik mal hinterher. Ich sage bewusst Ruvik, weil ich mir nicht vorstellen kann. Kann ich nochmal raus? Jo, gut. Gefällt mir sehr gut, wenn die möglich... Oh, Alter! Wie die Möglichkeit da ist, wieder rauszukommen. Das gefällt mir noch besser. Wieso ruckelt es jetzt? Auch wenn es nur leicht ist. Jo. Vielleicht verschwindet es, vielleicht nicht. Ach was! Die Klinik gibt es... Ach ja, die Klinik ist ja kaputt. Hm. Spritzenwirkung wäre schon gut. Was haben wir denn hier? Feuerrate für die... Magazinkabenzier ist abgeschlossen. Reserve für die ist auch abgeschlossen. Oh, ich kann nichts mehr mitnehmen. Ähm... Waffenabgast, Feuerrate... Abgeschlossen. Wie viel kostet denn die Reserve für die... 15? Könnten wir uns... Oh. Scharfschützenmuni wäre auch eine Möglichkeit. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Schrotflinte... Oder lieber verbessern. Feuerrate... Feuerrate... Nachlade... Magazinkab... Genauigkeit kritisch. Die Feuerrate ist eigentlich schon ganz gut von der... Die Feuerrate... Die Feuerrate... Feuerrate einmal. Ähm... Magazinkapazität auch einmal. Feuerrate ein zweites Mal. Kritisch oder... Also nachladen tut ja eigentlich schon ziemlich... Okay... Ich weiß jetzt nicht... Das haben wir das... Ähm... Nein... Ich glaube, die ist gut genug. Ist echt schwierig. Ähm... Kritisch können wir nicht mehr. Fitness ist auch... Oh. Reichweite... Oh. Reichweite? Komm. Mieso nicht? Alles ausgegeben. Kommen wir jetzt nicht mehr zurück mit den Schlü... Oh nein. Was ist denn jetzt mit den Schlüsseln? Habe ich so viele verpasst? Okay... Okay... Das ist ein bisschen... Alter, irgendwas stimmt nicht. Ich merke das doch. Steuerung... Grafik. Jo, ich glaube, das war's. So. Oh nein, das war hier, wo... Nein. Nein, das sehe ich nicht. Ich bin nicht... Ich bin nicht hier. Scheiße. Scheiße. Ich kann den Knopf nicht drücken. Okay. Okay. Passen Sie auf sein Auge auf. Was? Wenn Sie leben wollen, meiden Sie Ruviks Auge. Passen Sie auf sein Auge auf. Was soll das bedeuten? Das werden Sie sehen. Im wahrsten Sinne. Oh, da ist er, ja. So, jetzt ruht er. Droppt er irgendwas? Das wäre jetzt geil. Irgend so eine Geheimwaffe? Natürlich nicht. Hm. Schade. Also das war der, der uns jetzt die ganze Zeit... ...gesprochen hat. Hä? Wieso bin ich jetzt wieder ganz am Anfang? Was soll es jetzt gehen? Ich schade. Oh, das ist jetzt... Oh, das ist. So, ich... Oh, das ist wichtig. Oh, das ist sicher. Oh, das ist wichtig. Na was ich im Zuhören? Achtung! Ich geht's. Ich geht. Ich geht. Wie soll man die alle ignorieren? Wie soll man die meiden? Die sind doch überall. Ich bin nicht da. Och nö. Och nee. Da drüben. Geh doch da hoch. Okay, meine Lieben. Let's rock. Let's rock. Alter. So, die ist auch weg. Nein. Sorry. Aber dann auch wieder nicht. Ja, komm mal rüber. Ach, von da kommst du. Auch gut. Nein. Oh, Alter. Das ist gewehrwillig. Alles klar. Oh, nice. Oh. Na, das ist ja super. Ich muss jetzt zuerst den, ähm, Chef da ausschalten. Okay. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Nicht schon wieder alles neu. Nicht schon wieder alles neu. Oh, ne. Nein! So, laden wir mal nach, schnell Los! Nein! Nein! Nächste Nein! Nein! Alter! Nice! Nein! Nein! Ja, ich weiß Ich weiß, dass du da bist Ich weiß, du bist da Nein! 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 Wie soll man sich dagegen wehren, Alter! Och, nö. Na klar. Wieder alles neu. Ja, ich weiß. Ich kenne die Sequenz inzwischen. Alter, geh da hoch. Geh da hoch, du Striche. Ja, schön. Geht doch einfach hoch, anstatt da lang rum zu gucken. Nein. Zack. Sie verarschen? Oh, hi. Nein. What the fuck, Alter. Ich hab fast keine Scharfschützen-Muni mehr. Wo ist die? Da, ganz unten. Nein, 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 nein. Geht doch da hoch. Weißt du was? Komm mal her. Tschüss. Wir dürfen nicht in Rubik's Auge kommen. Das war die Warnung. Ah, nice. Eine Spritze. Sehr cool. Noch eine Spritze. Sehr, sehr cool. Die Soße kann ich gut gebrauchen. Munition. Nein. Alter. Mach's gut. Alter. Nein. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Nein. Jetzt lass mich doch weg. Jetzt geh doch mal da hoch, du Pisser. Nicht doch, du Scheißding. Ist klar, Alter, jetzt geht der da nicht hoch, der Wichser. Tschüss. Nein, wieso schieße ich denn daneben? Nein. Nein. Wieso schieße ich denn daneben? Jawohl. Ja. Jawohl. Jawohl, Alter. Schluck das, Alter. Darf ich jetzt erst mal sammeln. Ich glaube, ich darf erst mal sammeln. Was ist denn das jetzt für eine Waffe. Was ist denn das jetzt für eine Waffe? Alter, ich habe gar nicht mehr Waffe, weil er das erste Mal benutzt und es war so schön. Null Schafschützenmunition. Das hat auch viel Schönes, diese Zahl. Nämlich nichts. Bevor ich die Folge jetzt beende, sammle ich hier nochmal ein bisschen was ein. Ich habe ja hier auch genug umgebracht jetzt. Alter, war das Adrenalin belastet. Leckt mir mal Arsch, ey. Entschuldigung, aber das ist ab 18, da darf ich sowas sagen. Alter. Igitt, was ist das für ein Geräusch? So, was haben wir denn hier überall noch? Da haben wir noch. Ich gehe da oben nicht rein, bevor ich nicht... Igitt, Alter. Alles habe. Du, die nehme ich mit. Wir hätten mal die Sperre benutzen sollen, ne? Jetzt ist es zu spät. Igitt. Ist hier noch was drin? Ja. Sieht man ja schlecht. Weil es hier überall blubbert. Mit dem seiner ekelhaften Hirnwasser hier. Wo er hier überall verteilt hat. So. War ich da? Ah, da oben geht es auch noch. Nein, nein, stopp, stopp, stopp. Schrot. Und was ist da noch? Ist gut, doch beruhig dich jetzt. Ah, wir sind bei 20 Minuten, okay. Nein. 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 Nimm doch einfach den scheiß Werkzeugkasten mit. Junge. Junge. Diese ekelhaften Klubschaugen, ne? Ich komme darauf überhaupt nicht klar. Aber gut. Bevor ich da reingehe, mache ich einen kurzen Cut. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis jetzt. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.